Herzlich willkommen zu unserem Wortreich-Podcast. Ich bin der Jojo und ich bin Markus und gemeinsam reden wir über die christlichen Themen, die uns beide bewegen und hoffentlich auch dich interessieren. Und jetzt viel Freude bei der heutigen Folge. Letzte Woche haben wir euch hoffentlich davon überzeugt, warum das Alte Testament für uns Christen immer noch sehr, sehr wichtig ist. Und eine Bibelstelle, die mir da immer wieder im Kopf kommt und die wir auch letzte Woche erwähnt hatten, ist die Stelle von den Emmausjüngern. Und Jesus zeigte sich ihnen und auf dem Weg erklärte er ihnen im Alten Testament, was alles auf ihn bezogen war. Und das finde ich, glaube ich, also finde ich einfach erstaunlich. Im Alten Testament finden wir überall Hinweise, was auf Jesus bezogen ist. Und wir könnten durch jedes einzelne Buch der Bibel, des Alten Testaments gehen und sagen, hey, das und das sind alles Hinweise auf Jesus, den Messias. Machen wir jetzt nicht, ne? Ne, machen wir jetzt nicht. Und wir haben auch schon festgestellt, eben kurz als wir drüber gesprochen haben, es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Dinge, die Jesus dann letztlich erzählt von sich, die ja wiederum rückbezieht auf Dinge, die schon im Alten Testament passiert sind, ja? Aber wir haben uns gedacht, wir suchen uns jetzt mal so ein ganz paar, ja wirklich, äh, äh, Goldstückchen hier so raus aus dem Alten Testament, wo Jesus selbst tatsächlich schon in gewisser Form angekündigt wird, ja? Wo also in der Geschichte selbst irgendwie so ein Ausblick geschaffen wird, ohne dass die Leute in der Geschichte selbst schon verstehen, was die ganze Dimension dieser Sache ist. Aber wo wir denken, da leuchtet Jesus schon auf, weil er ist ja letztlich schon da. Ähm, er ist ja seit Anbeginn der Zeiten da, Jesus, ne? Er ist ja nicht plötzlich erst im Jahr Null oder so geboren. Genau, da ist er halt auf die Welt gekommen. Ja. Als Mensch oder als Mensch geboren, aber er ist schon vorher, ne? Von Gott gezeugt, von Gott gemacht, ähm, und auch ewig, ja? Und das ist, ja, eine sehr spannende theologische Sache. Ja, okay. Jetzt haben wir es natürlich, wir wollen jetzt keinen Abzweig gehen, aber wir wollten eigentlich was ganz anderes, ja? Genau. Ähm, ja, also, keine Ahnung, witzig, ne? Während wir jetzt gerade so reden, fallen wir halt nochmal so ganz viele andere Dinge ein, ne? So ein Buch Ruth mit dem Erlöser, dem Löser, also lauter, lauter Bilder, die, die so aus dem Alten Testament herauskommen. Wir wollen euch einfach ermutigen, mal, ja, sich mal so ein Buch zu schnappen, das mal zu lesen und auch mit der Brille zu lesen, mit der Brille, mit der Jesusbrille zu lesen. Ja, das ist ein gutes Wort, die Jesusbrille, ja. Wie finden wir ihn da drin? Ja, genau. Und wir haben auch gedacht, wir suchen uns jetzt einfach ganz einfache Geschichten raus, die ihr alle irgendwie aus dem Kindergottesdienst oder sowas schon längst kennt, ja? Ähm, und die man vielleicht auch, wenn Leute fragen, hier, was soll denn das heißen oder was hat denn das mit Jesus zu tun? Den gibt's ja gar nicht im Alten Testament. Wo ihr auch sagen könnt, nee, doch, ich glaube, da spielt er entweder schon mit oder er ist tatsächlich hier angekündigt, ja? Denn das finde ich ganz spannend. Weil ich finde, das bestätigt uns auch immer noch, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist, dass Dinge einfach angekündigt werden und vorhergesagt werden, die ansonsten nicht möglich sind, dass man sie so genau schon vorhersagen kann. Ja, genau. Und das ist ja auch so eine, diese Messias-Erwartung. Das ist ja das Judentum ganz, ganz bezeichnend. Sie haben ihren Retter erwartet und diese Erwartung ist auch immer weiter gewachsen im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende. Und ja, da finden wir schon im ersten Buch schon einiges. Genau. Wo starten wir, wo finden wir Jesus im Alten Testament? Eine Geschichte gleich am Anfang. Ja, jetzt gerade, ne? Wir hatten überlegt, ne? Wir nehmen die Stelle, aber es gibt ja noch eine Stelle weiter vorne. Okay, ja, dann hau sie mal raus, wenn du willst. Die Stellen, die wir ja schon weiter vorne finden, wo wir sagen könnten, so, da finden wir Jesus, ist ja schon gleich, gleich am Anfang bei der Schöpfung. Gleich am Anfang bei der Schöpfung sehen wir Gott schuf Himmel und Erde. Die Erde war wüst und leer. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern und Gott sprach. Ja, es werde Licht. Das ist auch jetzt so eine Stelle. Hier können wir auf jeden Fall sagen, hier finden wir schon Jesus drin, denn Jesus wird uns ganz klar im Neuen Testament als das Wort. Ja, er ist der aufgezeigt. Also Johannes 1,1, genau, Evangelium, da ist er das Wort. Genau, da ist er das Wort. Ja. Und das heißt immer wieder durch ihn ist alles erschaffen, ne? Ja, das ist Kolossa, ja. Ja, Kolossa, Korinther, das ist echt an ganz, ganz vielen Stellen, immer wieder durch ihn. Also es ist nicht so, Jesus hat das erschaffen, sondern durch Jesus wurde es erschaffen. Genauso wie wir hier sehen, und Gott sprach, durch das Wort wurden die Dinge erschaffen, ne? Er hätte ja auch einfach schnipsen können und sowas, ne? Und die Dinge wurden. Es gibt so alte Mythologien, wo die Schöpfung entstand, indem jemand auf der Flöte gespielt hat und dann hat er sich verspielt und dann ist aus Versehen halt die Menschheit bei rumgekommen. Also einfach so ein Verspieler. Interessant. Unsere Kinder, wir lesen gerade Narnia, der auch C.S. Lewis und soll ja auch mit dem Aslan ein ganz klares Bild von Jesus geben. Und das ist auch so, als Aslan die Welt erschafft Narnia, er schafft, da säuselt er auch so eine ganz sanfte, schöne Musik und dann springen plötzlich die Bäume aus dem Erdboden hervor und sowas. Ja. Ja. Aber er verspielt sich hoffentlich nicht. Er verspielt sich nicht, nein. Nee, genau. Ja, also da können wir schon sagen, hier finden wir Jesus. Aber es ist jetzt natürlich nichts, was ein alttestamentlicher Leser, der nur dieses, dieses alte Testament kannte, hier schon gesagt hätte, ah ja, guck hier, genau hier. Genau, das ist so, wir wissen jetzt, dass Jesus als Wort bezeichnet wird aus dem Neuen Testament und können damit schon sehen, ah, da ist er tatsächlich auch schon anwesend in der Schöpfung. Ja. Genau. Wo sehen wir denn das erste Mal so einen richtigen Fingerzeig dahin, dass es da mal jemanden geben wird, der dann kommen wird, um die Menschheit zu erlösen. Ja, das ist relativ, relativ spannend. Das finden wir relativ, also was heißt relativ, das finden wir gleich, nachdem der Sündenfall geschehen ist. Ja. Also genau an der Stelle, wo es plötzlich nötig geworden ist, dass man einen Retter brauchte, wird der Messias angekündigt. Schon verheißen. Das ist echt Wahnsinn, ne? Also die Menschheit hat gerade, ist total in Sand gesetzt. Wir sind da im ersten Mose-Buch, Kapitel 3, der Sündenfall und seine Folgen. Und ihr kennt die Geschichte bestimmt, was Adam und Eva da gemacht haben mit der Frucht, die sie dann gegessen haben. Dann erkennen sie, dass sie nackt sind, dass sie Gott ungehorsam waren, verstecken sich und Gott ruft sie dann. Und dann, als sie sich dann nur noch die Schuld gegenseitig zuschieben wollen und sich rausreden wollen, hat Gott letztlich eine Konsequenz für sie, die er ihnen geben muss. Ja. Wollen wir das mal vorlesen? Kümmern. Willst du es in deiner lesen? Also Gott hat ja Konsequenzen für die Frau, für den Mann und dann noch für jemanden. Und das lese ich einfach mal vor. Und Gott sprach als erstes zur Schlange. Also Eva hat gerade gesagt, die Schlange hat mich verführt, entgegnete Eva. Das ist jetzt ab Vers 14. Da sagte Gott zur Schlange, weil du das getan hast, sei verflucht vor allem Herdenvieh und vor all den wilden Tieren. Kriech auf den Bauch und friss den Staub dein Leben lang. Ich stelle Feindschaft zwischen dich und die Frau, deinem Nachwuchs und ihrem. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm die Ferse zerbeißen. Und dann geht es weiter noch mit der Frau und dem Mann. Aber hierum geht es um diesen Vers, den Gott selbst zur Schlange sagt. Und wir wissen, die Schlange ist ja der Teufel. Genau. Wie stand es bei dir? Nachkommen? Ja, er sagt, er wird dir den Kopf zertreten. Achso, genau. In Vers 15, ich stelle Feindschaft zwischen dich und die Frau, deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Also deinem Nachwuchs ist ja der Schlangennachwuchs und ihrem Nachwuchs. Und da ist es eben ganz interessant, wenn man da Fußnoten hat oder so wortwörtliche Bibelübersetzungen, die da ein bisschen genauer sind, dann sieht man, dass das hier nicht etwa ein Plural ist. Ja, also alle Menschenkinder quasi und alle Schlangenkinder, sondern bei den Schlangenkindern ist es Plural. Aber bei dem Nachwuchs der Frau ist es plötzlich Singular, also Einzahl. Ja, ich finde es spannend. Also bei mir steht sogar beides im Singular. Ah, okay. Aber hier sieht man, also ja, also okay, Samen ist das Wort, was hier ganz oft gebraucht wird. Also wir haben jetzt Übersetzungen vielleicht wie Nachwuchs oder Nachkommen. Nachkommen, ja. Samen ist vielleicht ein bisschen ungewohnt, wenn man nicht so ganz in dem biblischen Jargon unterwegs ist. Ja, aber es meint genau das. Ja, Samen führt zu Nachkommen. Das ist damit gemeint. Und ja, hier sehen wir schon so diesen ersten Fingerzeig. In der Theologie nennen wir das das Brotevangelium, also mit P und T, Brotevangelium. Also so das erste Evangelium, dieses Evangelium, weil es eine gute Nachricht ist. Diese Ankündigung, hey, da wird was passieren. Aber wenn wir mal reingehen in den Vers, was genau passiert denn hier? Passieren wird, dass beide Nachkommen haben werden und Feindschaft sein wird. Feindschaft zwischen der Schlange und der Frau, Feindschaft zwischen dem Nachkommen der Schlange, dem Nachkommen der Frau. Und es wird gesagt, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Wie legen wir das aus? Ja, so zum einen, wenn man jetzt eben an die Eva ganz klar denkt und sich fragt, warum meinst du denn nicht irgendwie ihren Sohn oder sowas? Und da wissen wir auch, naja, sie hat halt mehrere Söhne. Der erste Abel, der wurde dann umgebracht durch seinen Bruder Kain, also, und der wird dann auch weggeschickt. Also die können es beide nicht gewesen sein. Und der dritte, der sät, von dem dann auch Noah und alle weiteren so abstammen, ist auch ein bisschen schwer. Wo hat der dann, der Schlange irgendwie den Kopf zertreten, wissen wir auch nicht. Zumindest haben wir da keinen Anhaltspunkt. Aber die Tatsache, dass hier tatsächlich dieser Singular benutzt wird, ist eben ein deutlicher Hinweis darauf, dass hier schon die Bibel von einer besonderen Person ausgeht. Also ein Nachkomme, ein Sohn. Ein Sohn, ein Abkömmling von Eva und Adam damit automatisch, wird am Ende der Schlange dem Teufel den Kopf zertreten. Und das ist, finde ich, ein ganz krasses Bild von dem, was Jesus jetzt geschafft hat am Kreuz, weil er hat damit die Macht des Satans besiegt. Die Bibel spricht auch sonst im Neuen Testament davon, dass der Satan eigentlich schon besiegt ist. Das, was Michael dann am Ende der Offenbarung machen wird, ist nur ihm quasi nochmal den Todesstoß zu versetzen. Aber die Macht des Satans ist schon gebrochen, in dem Moment, wo Jesus tatsächlich gestorben, aber auch auferstanden ist. In dem Moment hat er tatsächlich die Macht des Satans besiegt. Und ich denke, das wird hier schon angekündigt. Genau. Und genauso wird auch angekündigt, nicht nur, dass Jesus das besiegt, sondern auch, dass Jesus erst mal scheinbar besiegt wird. Er wird verfolgt werden, ja. Genau. Und das heißt, du wirst ihn in die Ferse stechen. Ja. Und was meint das? Ja. Also, wenn eine giftige Schlange dir in die Ferse sticht, ja, dann gut nach, wenn du kein Gegenmittel hast. Aber das ist, glaube ich, genau dieses Bild. Ja, Jesus ist scheinbar von der Schlange besiegt worden. Er hang da am Kreuz. Er ist gestorben. Aber das war nicht das Ende des Liedes. Ja. Sondern dieses Evangelium hat sich bewahrheitet. Und es ist wirklich wahr geworden, dass, ja, Jesus der Schlange den Kopf zertreten hat, auch wenn er dafür leiden musste. Ja. Und wie gesagt, auch, dass es die Ferse ist, ähm, das ist eben, ich habe es eben schon gesagt, von verfolgen. Also eine Ferse, die erreichst du nur, wenn du hinter jemandem bist, ja. Und ganz häufig ist es ja auch so, dass wenn man Schlangen, also ich habe schon einige Schlangenbegegnungen in Afrika gehabt, wo wir da waren. Und meistens ist es so, die Schlange sieht dich nicht und ist deswegen auch überrascht. Und man begegnet sich eher frontal, also von vorne, ja. Du bist irgendwie gelaufen und dann lag sie da noch in der Sonne und hat dich nicht gesehen, weil sonst von den Erschütterungen auf dem Boden weichen die weg. Und du triffst dich frontal. Wenn dann eine Schlange anfängt tatsächlich zuzubeißen, beißt sie ja von vorne, beißt irgendwie in die Hand oder so, ja. Ja, stimmt. Oder speit Gift auf dich drauf, auch von vorne, ja. Aber wenn eine Schlange in die Ferse beißen will, dann hat sie jemanden verfolgt, was eigentlich sehr untypisch ist für Schlangen. Normalerweise fliehen Schlangen, ja. Die beißen nur, sind ja nicht an sich böse Tiere, wenn sie quasi gestört werden. Aber das hier in die Ferse zu beißen, heißt für mich, der Teufel ist die ganze Zeit hinter Jesus her gewesen, ja. Er hat ihn verfolgt. Er wollte auch in der Geschichte von Israel herausfinden, in welche Familie wird Jesus geboren werden, welches ist die Auserwählte. Und die sind immer in der Verfolgung, ob sie unter Unfruchtbarkeit leiden, die Frauen in der Familie, oder ob sie tatsächlich durch andere Hindernisse immer beeinträchtigt werden, ob das Hungersnot ist oder was auch immer, ja. Der Teufel ist immer hinterher, um seine Kinder letztlich zu verfolgen, ja. Bis dahin, dass er eben nach der Geburt Jesu durch diesen Kindermord in Bethlehem versucht, tatsächlich alle kleinen Jungs auszurotten, um damit Jesus zu erwischen. Also ganz krass, ja. Das ist so in der Ferse nochmal drin, ja. Ja, sehr stark. Also das sehen wir ja auch bei, ja, bei Mose, ja, der fast auch umgekommen ist, weil die Kinder alle getötet werden sollten. Das sehen wir noch ein bisschen vorher bei Josef, der, ja, dadurch, dass er dann Regent wurde, dass er das ganze Volk Gottes vor der Hungersnot bewahren konnte. Sehr gut, ja. Ja, genau. Also da würdet ihr jetzt vielleicht sagen, okay, ist ja nur ein kleiner Vers, aber ich finde einen bemerkenswerter. Wir brauchen noch gar nicht so weit wegzugehen, wir bleiben mal im ersten Buch Mose, wenn man noch eine ganz wichtige Person, auf die dann auch vieles aufbaut, und zwar den Stammvater Abraham. Und da haben wir auch zwei, also auf jeden Fall eine ganz wichtige Geschichte rausgesucht, wo wir noch schon ganz viel von Jesus erfahren. Ja, wie gehen wir da ran, ne? Wollen wir das vorlesen? Ja, können wir mal machen. Okay. Aber vielleicht nur das, vielleicht machen wir das in 1. Mose 17, 2 ein bisschen kurz, weil es ja eigentlich eine Nachfolge ist zu der gleichen Geschichte und dann. Okay, dann willst du gerade mal lesen? Das kann ich kurz noch vorlesen, genau, und dann gehen wir zu dem, was mit Isaac ist, genau. Also im 1. Mose 17, Vers 2 macht Gott ein Bund mit Abraham, ja, und er verheißt ihm ja etwas, nämlich auch ein Nachkommen. Da geht es jetzt aber erstmal um seinen, um ein Kind, das er sich gewünscht hat, aber ich lese es mal vor. Also, als er mit Abraham ein Bund macht, sagt er, 1. Mose 17, ich lese mal ab Vers 5. Deshalb sollst du auch nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham, denn ich habe dich zum Vater vieler Völker bestimmt, werde dich überaus fruchtbar machen, sodass deine Nachkommen zu ganzen Völkern werden. Hier spricht er natürlich erstmal von direkten Nachkommen, Kindern und so weiter. Selbst Könige werden von dir abstammen. Ich richte meinen Bund zwischen mir und dir und deinem Nachkommen auf, durch alle Generationen hindurch, einen ewigen Bund, um dein und einer Nachkommen Gott zu sein. Und das ist wieder so, wir haben hier diese Worte Nachkommen. Wenn ihr eine wortgetreue Bibelübersetzung habt oder eine, die gute Fußnoten hat, werdet ihr dort wieder etwas merken. Da ist nämlich auch hier in 17 Vers 7, ich richte meinen Bund zwischen mir und dir und deinem Nachkommen auf. Und dieser Nachkomme ist wieder ein Singular-Nachkomme. Also, ich richte wörtlich wieder dein Same. Ich richte meinen Bund zwischen mir, also Gott und dir, Abraham und deinem Nachkommen, einer besonderen Person auf. Das ist wie so ein Dreierbund. Und dieser Bund soll durch alle Generationen hindurch ein ewiger Bund sein. Und das finde ich schon interessant. Ein ewiger Bund heißt, der gilt ja auch jetzt noch. Und da frage ich mich, ja, von wem reden wir jetzt? Also, irgendjemand hat hier ein Nachkommen mit Abrahams, einen ewigen Bund begründet. Und ich denke, das ist ein Hinweis auf Jesus. Ja, und das Spannende ist, dass letztendlich ja das Neue Testament uns diese Stelle, wie auch eine andere Stelle, zu der wir gleich kommen werden, auch wunderbar auslegt. Jetzt kann man ja sagen, ja, Einzahl, Mehrzahl, komm, was zieht ihr da raus? Erspannend ist, Paulus argumentiert genauso im Galaterbrief. In Galater 3, Vers 16, da heißt es, nun aber sind Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht und den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen. Und dieser ist Christus. Also, Paulus, also das finde ich ein wunderbares Beispiel auch, wie man das Alte Testament auslegt, indem man halt schaut, wie wurde das im Neuen Testament, das Alte Testament ausgelegt. Und hier sehen wir, ja, Paulus achtet ganz genau, ja, auf diese Worte und legt sie ganz genauso aus. Und das ist einfach wunderbar, ja. Also, dieser Samen, das ist ein Bild wirklich auf Jesus Christus. Ja, und du hast es ja, ich glaube, letzte Woche auch erzählt, der Paulus hat nach seiner Bekehrung in Damaskus eine Zeit gehabt, wo wir nicht so viel von ihm wissen. Er war in Arabien, er hat sich zurückgezogen, er hat studiert, wo du auch gesagt hast, es ist gut möglich, dass er da nochmal die ganze, also das Alte Testament, seine Bibel nochmal studiert hat, in dem Blickwinkel auf Jesus hin. Denn er war ja flüssig in dem Alten Testament, er kannte es, er war Schriftgelehrter und dann sank es erst so ein, wo er gemerkt hat, okay, da ist es drin, da ist er schon, da ist er schon, weil jetzt kannte er Jesus. Also, er hat bestimmt das richtige Bild in dem Moment dann auch bekommen von ihm, ja. Sehr gut, genau. Genau, also das war wieder ein kurzer Vers, aber auch da steckt es eben drin, also es wiederholt sich, es zieht sich weiter von Generation zu Generation, diese Verheißung auf diesen Nachkommen. So, und jetzt gehen wir einen kleinen Moment weiter, nämlich hat der Abraham seinen weltlichen Nachkommen auch bekommen, nämlich den Isaak, sein Wunschkind. Und noch in hohem Alter, mit 100 hat er ihn gekriegt und die Sarah war schon 90, was also eigentlich unmöglich ist. Dann ist er gerade da und ihr kennt bestimmt die Geschichte, Abraham wird von Gott aufgerufen, den Isaak mitzunehmen und zu opfern. Krasse Geschichte, ja. Ja, wie weit lesen wir? Ich weiß nicht, ob wir die ganz lesen sollen, weil sie ist schon ein bisschen länger. Ach komm, ich hau kurz mein Double Time raus und dann läuft das. Ja, okay, 1. Mose 22. Okay, also 1. Mose 22, Vers 1 bis 19. 19 gehen sie, ja. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moriah und bringe ihn dort zum Brandopfer da, auf einem Berg, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel. Und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak und der spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, in dem ihm Gott genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sprach Abraham zu seinem Knechten, bleibt hier, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz und das Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Und er antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird ein Lamm zum Brandopfer sorgen, wird für ein Lamm sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort ein Altar und schichtete das Holz darauf. Mit der Band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus, fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Der erhob Abraham seine Augen und schaute und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer da anstelle seines Sohnes. Vielleicht? Ja, ja, klar. Oh, komm, 14 können wir noch vielleicht mit reinnehmen. Und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen. Sodass man noch heute sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Also das war bis Vers 14. Ja, das ist echt krass. Und in dieser Geschichte, und ich denke, vielleicht seht ihr jetzt schon so ein paar Parallelen einfach zur Kreuzigung, haben wir ganz, ganz, also unglaublich viele Parallelen auf Jesus hin, die eigentlich nicht mehr irgendwie einen Zufall zulassen. Das sind so viele Dinge, die uns hier etwas tatsächlich schon darüber aussagen, was Jesus für uns eines Tages tun wird. Ähm, ja, wie wollen wir das anfangen? Was fällt dir als erstes auf, wenn du die Geschichte jetzt so liest? Ja, also vielleicht das, was erstmal am klarsten ist, hier geht es um den einzigen Sohn von Abraham. Auch dieses, nimm deinen einzigen Sohn, das ist mir auch aufgefallen, gleich im zweiten Vers, ja. Und hier haben wir eine ganz klare Parallele, ja, also Jesus, der einzigartige, der einzige Sohn des Vaters. Ja, das ist sehr gut. Dann, auch gleich, aber vielleicht können wir es so gleich in den Versen machen, auch wieder gleich im Vers 2, nach dem einzigen Sohn, sollten sie hingehen ins Land Moria und dort auf einem Berg opfern. Dieses Land Moria, ähm, das meinte eigentlich eine Gegend um diesen Berg herum, weil das Land war ja damals in dieser Zeit, wo das, noch das Land Kanan war, noch nicht so besonders dicht bevölkert. Das waren einzelne, ganz kleine Clans, die da gelebt haben. Und, ähm, das weiß, das weiß man später aber noch, wo es war, weil dieser Name ist wohl fortgesetzt worden. Ähm, wenn man mal in die zweite Chronik 3 guckt, das ist sicherlich ein Buch, das ihr jeden Tag liest. Zweite Chronik 3, wenn ihr es überhaupt jemals gelesen habt, ich lese euch diesen ersten Vers vor. Zweite Chronik 3, Vers 1, die Chroniken sind ja eine Wiedererzählung von den, ähm, von den Samuel- und den Königenbüchern, ja. Ja, und, also da kann man es auch nochmal lesen, aber hier nur in diesem Vers ist das so deutlich. Ähm, da heißt es, dann begann Salomo das Haus Jahwes in Jerusalem auf dem Berg Moria zu bauen. Diese Stelle hatte schon sein Vater David bestimmt, denn dort auf dem Dreschplatz des Jebusiters Ornan war ein Jahwe erschienen. Dieser Berg Moria, der ist später noch bekannt gewesen und das ist nämlich ein Berg gewesen, auf dem dann später die Stadt Jerusalem gebaut wurde und eben dann ganz konkret der Tempel gebaut werden sollte. Ist das nicht irre? Dieser Abraham geht hin auf einen Berg, der war damals noch unbewohnt, ist einfach ein Berg und soll dort ein Opfer bringen. Er soll dort ein Altar bauen und opfern. Und das ist genau der gleiche Berg, auf dem zu Davids und Salomos Zeiten später Gott sagt, baut dort wieder für mich einen Altar und sogar noch mehr baut ein Tempel. Dort will ich wohnen. Also auf diesem Ort will ich wohnen und mitten unter euch sein, auf dem eben schon der Abraham gebeten wurde oder auf die Probe gestellt wurde, seinen einzigen Sohn, ähm, zu, ja, darzubringen. Das finde ich schon irgendwie krass. Ja. Genau. Also das ist schon mal eine heftige Parallele, aber es geht noch weiter. Ja. Ich würde dann die nächste Parallele zu Jesus in Vers 6 sehen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn. Also der Sohn trägt das Holz. Oh, wie das Kreuz, was er getragen hat. Wie das Kreuz, das Jesus getragen hat. Und, ähm, falls überhaupt noch Sozialarbeiter zuhören hier, ja, und nicht schon abgeschaltet haben, weil diese Folge ja viel zu krass ist, diese Stelle. Ja, es ist nicht so, ne, dass, also ich, ich denke, dass dieser Moment, dass Isaak auf den Altar gelegt wird, ähm, ein sehr, sehr schneller Moment ist, ähm, das sehen wir daran, dass in Vers 6 einmal gesagt wird, und sie gingen beide miteinander, und dasselbe auch wieder in Vers 8 am Ende, und sie gingen beide miteinander. Das heißt, die gingen die ganze Zeit beieinander, miteinander, äh, auch während Isaak fragt, ja, was wird denn kommen? Und dann stelle ich mir vor, wie das ein ganz schneller Moment wird, ja, weil diesen ganzen Weg überringt ja auch Abraham damit. Ob er gehorsam sein soll oder nicht. Genau, ja, also, was, was wird in ihm vorgegangen sein, ja, diese, diese Kämpfe, und, und dann, ja, legt er wahrscheinlich ganz schnell Isaak drauf, ähm, vielleicht legt er ihn so hin, dass der Isaak gerade gar nicht das Messer sieht, ähm, und in dem Moment ruft wahrscheinlich schon der Engel, halt, stopp, ja, ja, und, aber da könnte man auch diese Kämpfe sehen, ja, diese inneren Kämpfe, ja, ja, die, die Jesus ausgefochten hat in seiner Zeit, hier nicht als Sohn, sondern als Vater, ähm, wie der Abraham diese Kämpfe ausfechtet. Und es ist, also, ich will da nicht zu viel reininterpretieren, aber es sind tatsächlich auch ganz kleine Sachen sogar noch vorher. Wen nehmen sie zum Beispiel mit? Also es sind Abraham und Isaak und ein Esel. Also, auch der Esel spielt ja in der Passionszeit eine wichtige Rolle, indem er quasi Jesus reinträgt nach Jerusalem als der Einzug des Königs auf dem Esel, ja. Auch interessant, in Vers 4 heißt es gleich, wann erblickten sie den Berg? Am dritten Tag. Klar, hätten, es ist jetzt nur drei Tage, die sie da hinbrauchen, aber es hätte auch der zweite oder der vierte sein können, aber am dritten Tag ist Christus auferstanden und am dritten Tag sind sie auch tatsächlich an diesem Berg. Gut, mag nur was Kleines sein, aber ich finde diese Story, die ist einfach voll von Bezügen auf Jesus. Ähm, und dann eben das ganz Besondere in Vers 7 nochmal, er hat ja gar nicht gesagt, was für ein Opfer sie da bringen werden, aber was sagt Isaak, wo ist das Lamm, das zum Brandopfer sein soll, ja. Und Abraham sagt, Gott wird schon für ein Lamm sorgen, mein Sohn, ja. Ja, also er hätte ja auch sagen können, wir nehmen eine Ziege oder irgendwas, ja. Sie haben damals auch andere Tiere geopfert, ähm, auch andere Güter wie irgendwie Brot oder so, das wurde ja auch dargebracht oder Sachen aus der Ernte. Ähm, Gott wird für ein Lamm sorgen. Das sagt Abraham, ohne dass er es wissen kann, was er damit meint. Das ist fast schon prophetisch, dass er gesagt hat, Gott wird selbst für ein Lamm sorgen. Und das hat er tatsächlich gemacht, Jesus Christus, ja. Ja, und die Auferstehung haben wir sozusagen auch drin, aber erst im Hebräerbrief, der uns auch diese Stelle ein bisschen näher auslegt. In Hebräer 11, Vers 17 heißt es, Durch Glauben brachte Abraham den Isaak da, als er geprüft wurde und opferte den Eingeborenen, was auch Einzigartigen heißt, er, der die Verheißung empfangen hatte, zu dem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Also Gott gibt eine Verheißung und jetzt scheint Gott das zu brechen. Und dann heißt es, Vers 19, er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wiederhielt. Also woher auch immer der Herr Schreiber des Hebräerbriefs hat, aber eindeutig lesen wir da heraus, dass Abraham auch den Glauben hatte. Hey, er wird meinen Sohn wieder auferwecken. Ja, Gott wird daraus noch ein größeres Wunder geschehen lassen. Genau, für den Abraham war er quasi schon tot, weil er sich vorgenommen hat, Gott gehorsam zu sein und die dort tatsächlich dann darzubringen. Ja, kommen wir zum Segen, oder? Und da finden wir die vielleicht letzte Parallele dann zu Jesus, das direkt nach dieser Begebenheit. Also der Abraham ist gerade hingegangen, der hat die krassesten Kämpfe gekämpft, hier Gott gehorsam zu sein. Und jetzt hat der Engel des Herrn eingegriffen. Ja, wer der ist, das hören wir in der nächsten Folge. Der Engel des Herrn, ganz, ganz spannende Sache, der hier eingreift. Und dann sehen wir, ja, wie Gott ihn segnet. Also Vers 15 heißt es, Und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu. Also dieser Engel des Herrn, der kommt auf dem ganzen Alten Testament vor, nicht nur an der Stelle. Und er sprach, Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast. Also zum dritten Mal wird gesagt, deinen einzigen nicht verschont hat. Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen einzahlmächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor deiner Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Namen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Ja, diese Möglichkeit, dass durch einen Nachkommen alle Völker der Erde gesegnet werden, das ist eigentlich in der damaligen Zeit ja unmöglich, weil man konnte damals noch gar nicht mit einer Person alle Völker der Erde erreichen oder bereisen. Ja, die waren ja auch weit weg und da kamen sie gar nicht hin. Also wie sollte der Isaak selbst das tun, alle Völker der Erde segnen? Und da merkt man eben auch, dass die Geschichte Gottes mit dem Volk Israel im Alten Testament ja eigentlich überwiegend auf das Volk Israel beschränkt bleibt. Ja, also sie sind auch mal in Ägypten und sie gehen auch mal nach Babylon und so. Aber überwiegend geht es um die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Dieser Segen, der dann nachher am Ende auf alle Völker der Erde übertragen wird und ausgeweitet wird, bis dahin, dass wir heute hier in Deutschland letztlich Erben von diesem Segen von Abraham sind. Das ist alles nur durch Jesus möglich gewesen. Also er ist derjenige, der das nur möglich machen konnte, weil er diesen Switch um, ja, diese Veränderung gebracht hat, dass jetzt auch das ewige Leben nicht nur dem verheißenen Volk zusteht, sondern allen Völkern, jedem, der an ihn glaubt. Und er ist auch derjenige gewesen, der dann seinen Jüngern gesagt hat, geht hin in alle Welt und verkündet es allen Völkern. Und da merkt man so die entscheidende Figur in der Geschichte, wodurch das passiert ist, das Segen auf alle Völker übergeht, das ist eben Jesus selbst gewesen. Ja, viele sehen übrigens auch eine Parallele zu den Sternen am Himmel und dem Sand am Ufer des Meeres. Das wird ja auch an vielen Stellen verwendet. Und viele verstehen unter den Sternen am Himmel die Christen, die kommen werden, die Himmelsbürger, und den Sand am Ufer des Meeres, diejenigen, die halt am Ufer des Meeres, also im Land Kanaan, ja, dem verheißenen Land, sind das Volk Israel. Also das irdische Volk Gottes und das himmlische Volk Gottes kann man an vielen Stellen absolut so durchziehen und sagen, ja, 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 wird viel genauso aufgeteilt. Und dann gibt es so eine Stelle in 5. Mose, wo es dann nicht mehr so ganz passt. Aber finde ich schon mal einen spannenden Gedanken erstmal. Ja, ich glaube, für heute belassen wir es mal bei diesen Sachen aus dem ersten Buch Mose, weil ich denke, ihr habt schon gemerkt, es geht gleich los. Also gleich im ersten Buch der Bibel, wo ja Jesus selbst noch von seiner Geburt her, da sind wir noch fast 2000 Jahre davor oder noch mehr, kommt Jesus schon vor. Und das ist eben auch das Tolle, dass wir überhaupt nicht denken müssen, von wegen Jesu Geburt und sein Tod wäre irgendwie so ein Plan B für Gott gewesen. Nein, schon vor Anbeginn der Zeit und gleich mit dem Anfang an wusste er, dass er seine Geschichte mit uns Menschen darauf ausrichten wird, dass Jesus letztlich das Zentrum und der Mittelpunkt dieser Geschichte sein wird. Und das sehen wir, wenn wir darauf geschult sind oder wenn Gottes Geist uns erleitet. Das sehen wir schon im ersten Buch der Bibel. Das war die heutige Wortreich-Folge. Und wenn du diese Folge mit dem Handy auf Spotify angehört hast, dann kannst du einfach unten an unseren Umfragen teilnehmen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.